Du hast gerade unser letztes Zinn aufgebraucht. Ja, hab ich gemerkt. Ich bin aber schuld. Für mein Rezept. Ah, Mann, lass doch mal. Alter, lass es einfach. Ach, ich soll es lassen, aber du nicht, oder wie? Los, mach. Hey, hast du doch schon eine, oder nicht? Willst du sie noch weiter aufbessern, oder was? Nein. Hey, Harden ist doch schon die Bessere. Du hast jetzt gleich welche auf Reserve. Ach so. Nein, Reinforce ist das Bessere. Das kann nämlich 32 Buckets. Haben wir keine Sticks mehr? Chris? Ja? Nur das Diamantschwert einmal raus. Und ich hab den Bug rausgefunden. Da, wo diese scheiß Canvas Bag ist, ne, oder Backpack. Ähm. Auf dem Slot, in dem ich's im Inventar habe, auf dem krieg ich da nichts raus. Hä? Nur das Diamantschwert? Nur das Diamantschwert einmal. Guck mal, ich hab das dir einfach versetzt. Das war Herr Litsch. Und wo war jetzt der Fehler? Äh. Genau. Also, ich habe, ähm, den, das Backpack in, eins, zwei, drei, vier, im fünften Slot meines Inventars. Also meiner, meiner Leiste unten. Äh. Und im fünften Slot von meinem Backpack, wenn ich den aufhabe und da was reinlege, kann ich das Ding nicht mehr rausholen. Okay. Ganz, ganz merkwürzig. Warte mal, jetzt versuch ich mal was. Tatsache. Ich dachte, du... Immer, das ist so ein Bug. Und die Fluidukte? Aha. Ja, jetzt darfst du weiter reden. Äh, ja. War es eigentlich schon. Ähm, nee. Also, ich... Fürs nächste Mal weiß ich auch, ich brauche es einfach. Wenn ich was brauche, was auf dem Slot ist, muss ich den, äh, muss ich's Backpack in den anderen Inventarslot packen, damit ich's wegnehmen kann. Weil das ist ein Bug, das in der ersten Reihe des Backpacks halt der Slot besetzt, irgendwie nicht funktioniert. In dem auch halt, äh, der Backpack im Slot vom Inventar halt ist. Hast du es euch Zufall rausgefunden oder hast du die ganze Zeit nebenbei gegoogelt? Nein, ich hab's gerade eben per Zufall rausgefunden. Du bist schlau! Weil es wunderte mich immer, dass es auch immer nur dieser Slot ist. Äh, so. Ach so, du hast gerade disabled, Chris. Was? Ja, die Pneumatik war schon von vornherein disabled aus irgendwelchen Gründen. Hä? Sind die von vornherein schon disabled? Normalerweise nicht. Scheinbar. Hast du da Kühe reingepackt? Nein. Wieso wird jetzt hier schon Scheiße produziert? Weiß ich. Vielleicht bist du einfach reingeguckt oder so. Was, reingeguckt? Ja. Wie hier reingeguckt? Vielleicht hast du einfach reingeguckt und es hat gleich so viel Scheiße produziert. Ach so. Nein, glaub ich eher weniger. Dann wird ja keine Scheiße produziert. Doch. Guck doch mal hier runter. Oder das wird für dich keine Scheiße. Kosh. Kosh. Gehst du bitte raus? Ich möchte weitermachen. Damit wir es noch schaffen. So, da kommen jetzt die Tanks drauf. Ich hoffe mal, dass wir nicht zu viel Scheiße produzieren. So. Meinst du, weil du da drauf stehst, oder was? Ich bin noch nicht fertig. Was? Mit dem Scheiß? Ey, das würde mich jetzt mal echt wundern. So, dann müssen wir noch einmal... Ja, produziert der Grindr auch Mop-A-Sense? Oder nur das Schlachterhaus? Hä, wovor braucht man denn ein Schachterhaus? Was weiß ich. Hm, egal. Ähm, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch eine Kiste hinterpacken, oder? Hinter dem Grindr? Ja. Okay, da kommt ein Diamage-Chester einfach hin. Wie spät haben wir es? Das ist jetzt gleich 20 vor 3. Das heißt, noch eine halbe Stunde, okay. Ähm, so. Das kommt hier hin. Die Zelle möchte ich gerne hier so hin haben. Ähm, mit unten Ausgang. Moment, das war einer zu früh. So, jetzt müssen wir diese hübschen Dinger mit Strom versorgen. Ha, genau, passend. Ha, auch genau, passend. Äh, jetzt hier in der Mitte einmal. Zweiter. Äh. Gut, ein tiefer. Was? Bäh! Entschuldigung. Gesundheit. Ach, du Kacke. Das sagt man nicht. Zu spät. Ähm. Dann lieber eher Dafug? Nein. Oder der! Oder... Dafug sag ich nicht. Chris war es auch ganz genau. Doch, hast du gerade gemacht. Außer jetzt gerade. So besser. Schleimscheiße. Wofür produzieren wir noch mal Switch? Zum Weiterverarbeiten. Für was? Das kann man irgendwo weiterverarbeiten. Und außerdem lagern. Kann man irgendwo. Kann man irgendwo. Ja, lagern. Wir lagern doch eh jede Flüssigkeit, die es geht. Schon vergessen? Ja. Oh, merkt man. Du bist leicht vergesslich. Ah, ich seh schon. Du kannst Switch in Munition verarbeiten. Das ist... Ja. Needlegun-Ammo. Switch. Ja, da kannst du aber die Switch nur durch die Gegend schießen. Ja. Hauptsache. So, ich würde jetzt mal behaupten, wir sind soweit fertig. Ich habe nur die Frage, wo sind die Kühe? Weiß ich nicht. Die hat einer von euch beiden bestimmt aufgefressen. Ich hatte Hunger. Ich stelle mir das gerade irgendwie vor. So. In Extremfällen würde das, glaube ich, sogar auch irgendwie witzig aussehen. Oh Gott, ich habe so Hunger. Oh, eine Kuh. Eine, das waren sechs. Sechs Kühe ist nur noch ein bisschen anderes Kaliber. So, wir brauchen Getreide. Hab schon. Na gut, pack rein. Oh, die Kühe? Ich habe sie nicht. Die hat nicht irgendeiner von euch beiden. Ja, wenn ich sie nicht habe, dann bleibt ja nur einer über. Ja, Tobi. Was ist das für eine Logik? Nein. Okay. Äh, wir nehmen Karotten, oder? Goldene Karotten. Wofür? Wirst du gleich sehen. Wie werden Carrots geschrieben? Bin ich doof gerade? Mit C. Stimmt nicht mit K. Hä? Ach ja, die sind auch im anderen System drin. Hups. Äh, Gold. Manchmal. Manchmal nur. Und immer öfter. Aha. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Rezept. Ja, war's. Na, 16 Stück, ne? So. Boah, schon wieder kein Gold mehr. Alter, wie viel Gold wir dafür verbrauchen. Gut. Wieso wir? Ich. Also, sie haben demnächst kein Gold mehr, nur so als Vorwarnung. Ja, du hast demnächst keinen Kopf mehr. Warum? So, so. Okay. Ich dachte schon, ich müsste jetzt Angst haben. Ich lass mal einmal wieder alles ins andere System pumpen. Nein! Kabel Glitch. So. Der kommt gleich wirklich doch noch zum Laser. Cool. Weil der ist nämlich recht cool. So, da seid ihr. Habt ihr reingepackt? Was? Verdammt! Ich muss mir merken, die Dinger stacken sich nicht. So, habt ihr jetzt die Kühe mal reingepackt? Nö. Warum nicht? Pack rein. Wir wollten, dass die Zuschauer dabei sind. Wow. Während du Kühe mit Hüten entlässt. Der wird getötet. Warte, warte, warte. Jetzt darfst du. Die haben zwei Kinder. Ja. Oh, den hatte ich schon. Dein Ernst? Oh Mann, Chris. So. Auf jeden Fall, hier werden die halt gezüchtet. Da werden sie dann rübergezogen und geschlachtet. Nur. Äh. Ich bin gerade am überlegen, wie kann man die deaktivieren. Eigentlich nur abbauen, oder? Wie groß sind kleine Tiere. Du kannst da ein Leather einsetzen. Ich wollte gerade sagen, Redstone-Signal. Wollte mal bitte während Schalter. Jo. Danke. Dass wir da jetzt erstmal ein paar Tierchen reinbekommen. Wenn die dann irgendwann mal wieder zuchtbereit sind. Klack, klack. Hihi. Ich brauche noch eine Diakiste. Vor allem holt man wer einen Schalter. Ich brauche noch eine Diakiste. Und hol die selber. Logik. So. Auf jeden Fall, wie man gesehen hat. Äh. Kühe werden automatisch gezüchtet. Werden dann rübergesaugt. Hier werden sie mithilfe der Spritzen, die ich hergestellt habe. Ähm. Halt hochgepowert, sag ich jetzt mal. Hä? Wie viele Schalter willst du haben? Einen. Genauer genommen habe ich nur an diesem einen hier dran. Wo da dran? Geht das auch so? Probier's aus. Mach einfach mal. Ja. Siehst du ja innen drin, wenn die Idle-Anzeige nicht runter geht. So. Und dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich? Wie lange haben wir noch? Wir haben noch, äh, locker, äh, bis 20 nach. Bis 20 nach. Wir haben locker noch fast eine Dreiviertelstunde. Hä? Wie spät ist denn das? Das ist Viertel vor. Viertel vor drei. Okay. Wir haben... Um 20 nach haben wir angefangen. Okay, den Laser können wir noch bauen. Äh, Laser Drill. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Du meinst den Mining Laser? Laser Drill. Nee, da, den Laser Drill. Dafür brauchen wir Pink Slime Balls. Wie kriegt man die denn nochmal? Was brauchen wir? Pink Slime Balls. Ich glaube, dafür brauchen wir dieses Schlachterhaus. Weil mich alles enttäuscht. Weil ich glaube, das Ding bringt dieses, äh, Pink Slime Kram. Wofür denn? Ah, für den, äh, Laser Drill Charger brauchen wir Pink Slime Balls. Ach so. So. Bist du dir sicher? Was? Dass wir es brauchen, oder? Ja. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Ja, NEI ist in diesem Mod Pack etwas verbuggt. Meinst du, wir können auch die normalen Slime Ball nehmen, oder was? Ja, versuch es einfach. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall... 4, 5... 6 von den Dingern. Ja. Ach du Scheiße, ist das teuer. Egal, ist ja nicht so, als ob der ein paar Millionen EU pro Durchlauf braucht. Hab ich das laut gesagt? Denn nö. Okay. So, wir brauchen Redstone. Und wir brauchen Silbernuggets. Okay, mal was ganz Neues. So, auf jeden Fall, wir bauen jetzt hier... Was hab ich jetzt gesagt? Zwei Stück, sechs Stück von denen. Glowstone. Und füllen diese mit Glowstone. Und füllen diese mit Glowstone. Und füllen diese mit Glowstone. Das ist, was natürlich auch schon mit Glowstone. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Dinge zu gut, Und wir brauchen das auch erst mal. Und das ist das genau wie ein paar Leute. Und das ist es das ähnliche. Und das ist das sehr sehr, sehr schön.